Jeder Christ ist dazu aufgerufen, in das Ereignis des Todes und der Auferstehung Christi einzutreten. Das sagte Papst Franziskus bei einer Messe zum Gedenken an die Kardinäle und Bischöfe, die in den vergangenen zwölf Monaten verstorben sind. Franziskus feierte den Gottesdienst am Montagvormittag am Kathedraltar im Petersdom. Die ganze göttliche Offenbarung ist Frucht des Dialoges zwischen Gott und seinem Volk und auch der Glaube an die Auferstehung ist an diesen Dialog gebunden, der den Weg des Volkes Gottes in der Geschichte begleitet, so Papst Franziskus. Die Auferstehung sei der Gipfelpunkt des Weges Gottes mit seinem Volk, weil sie der langen Suche jedes Menschen und der ganzen Menschheit entspreche. Für Radio Vatikan, Anne Preckel W advising, Anne Preckel Wです inclusive, Anne Preckel W Untertitelung des ZDF, 2020